Für Millionen von Menschen, Tag für Tag. Für die Produktion und Versorgung, jetzt und morgen. Für Schutz und Sicherheit von Umwelt, Mensch und Maschine. Dafür sind wir da. This is SIG Sensor Intelligence. Mit Hauptsitz in Süddeutschland sind wir führend in der Herstellung von Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Und das weltweit. Global denkend und mit über 70 Jahren Erfahrung. Wir bieten unseren Kunden das breiteste Produkt- und Technologieportfolio unserer Branche. Für deren Branche. Innovative Lösungen für die Prozessautomation. Wenn es auf saubere Lösungen ankommt, misst die Welt mit SIG. Komfortable und praktikable Lösungen für die Fabrikautomation. Wenn Produktion und Perfektion eins wird. Qualität, Geschwindigkeit und Präzision in nahezu allen Industriezweigen. Effiziente und sichere Lösungen für die Logistikautomation. Wenn aus Bewegung Ordnung wird. Geschwindigkeit, Sicherheit und Transparenz für die gesamte Logistik. Oder zukunftsweisende Lösungen für Systemwelten von morgen. Offen für alle Systeme und Schnittstellen. Arbeitet SIG vorausschauend, innovativ und nachhaltig. Wir sind Erfinder. Für die Anforderungen unserer Kunden entwickeln unsere Ingenieure passgenaue Produkte und Lösungen. Wir sind Macher. Von der ersten Idee bis zur Serienproduktion. Als Einzelprodukt oder im Verbund als Systemlösung. Stetig wird die Qualität überprüft. Wir sind Service. Unser Lifetime Service Team unterstützt die Kunden während des gesamten Maschinenlebenszyklus und hält die Geschäftsprozesse vor Ort am Laufen. Weltweit in ihrer Nähe. Wir sind Partner. Kundenorientierung beginnt bei uns ganz oben. Wir denken und handeln unabhängig und leben eine respektvolle SIG-Kultur weltweit. Und der Erfolg bestätigt unser Handeln. Die Sensortechnologie verbindet uns mit unseren Kunden. Ihre Bedürfnisse zu verstehen war und ist der Schlüssel zum Erfolg. Wir haben den Anspruch zu sein wie unsere Kunden, die nie aufgeben, das Unmögliche möglich zu machen. Wir finden das intelligent. This is SIG Sensor Intelligence.